Hallöchen meine Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zu einer weiteren Survival Games Folge und heute bin ich mal nicht alleine, sondern ich hab mir doch mal einen Gast dabei getan und zwar nämlich den AnyArt LP Hallöchen. Hallöchen! Und die Runde seht ihr natürlich auch nach dem Intro. Ciao! Tschüss! Willkommen zurück, so schnell kann es gehen, neben mir ist der Tani. Hallöchen! Und wir spielen die neue Map Forlorn von Valkano. Sehr unbedeutende Typen, aber egal. Kennt keiner, jetzt schon. Aber sie haben es drauf. Ja, sie haben es echt drauf. Und jetzt müssen wir hier direkt... Du rennst drauf, ich renne sofort Richtung Steinschwert. Ja gut, ich hab ne Angel, ansonsten ein bisschen was zu essen, aber mehr auch nicht. Okay, und hier sind gar keine Truhen. Was ist hier los? Was ist hier los? Aber das Gute ist, der Trick hier, an dem einen Haus gibt es ein Bild mit einem Steinschwert drin. Deswegen laube ich sofort hier. Erstmal wieder ne Truhe übersehen. Sorry. Mit nem schönen Schwertchen drin. Dankeschön. Das war nicht gewesen. Die war aber auch echt schön versteckt, muss ich sagen. Achso, ja gut, dann war es aus Versehen. Ja, keine Ahnung, ich lobe einfach da los und dann... Ja, passt ja, passt ja. So, da ist das Steinschwert. Mit einem Bildchen können wir wieder aufhängen. Hier, perfekt. Sehr gut. Das ist gut hin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist einer. Aber ich bräuchte Rüstung, bräuchte ich. Kommt jetzt hier in das Haus rein. Vielleicht. Oder auch nicht. Oh, sorry. Ich hab dich erwischt. Oh. Gut. Hier, ich hab dir mal... So. So. So, so. Hast du die Truhe da schon? Perfekt. Ja, ja. Dann laufen wir sofort weiter. Ich renne zum nächsten Haus. Ja, ich lauf dir einfach weiter, ja. Genau. Das ist, glaube ich, das Beste. Hier oben haben wir auch noch ein paar Truhen. Ne, eine nur. Oh, komm mal drauf. Na. Steinschwert, nice. Brauchst du eins? Ja, sehr gut. Kann ich dir geben. Sehr gut. Ich hätte dir noch so ein Erfahrungs-Dings. Ja, lass mal erst mal. Nimm's nochmal nicht. Warte erst nochmal und dann schauen wir gleich. Sehr gut. Machen wir's. Ich hab auch eins gefunden. Gut. Dann am besten auf einen dann machen. äh, damit wir an. Äh, damit wir an. Boah, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da ist ne Truhe. Und dann machen wir mal den Satani-Fail. Okay, wunderbar. Äh, Kopf hab ich auch. Es ist einfach so typisch, ey. Na ja, passiert. Ähm, da ist, glaub ich, jemans... Äh, wo? Eigentlich hätte ich den Namen gesehen. Also, ich bin jetzt hier dieses... Ja, ich bin ja... Wo das Lava-Asset ist. Ich bin genau hinter dir. Bei Truhen. Leer. Da ist noch ne Truhe. Ich denke mal, die wird auch schon leer sein. Auch leer. Man weiß ja nie so genau. Naja, ich glaub, die sind echt alle leer hier. Ja, ne, die ist noch voll gewesen. Aber nix brauchbares drin. Na gut. Oder auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Ich hab jetzt... Ja, lass mal zum Penner-Dingens gehen. Penner-Brücke. Ja. Ich denk mal, da werden aber noch ein paar Truhen sein. Oder zu den T2s könnten wir auch noch gehen auf den... Auf die Brücke. Aber ich glaub, das lohnt sich jetzt noch nicht. Wir haben ja keinen... Hast du ein Eisenbarren? Ne, ne? Äh, ne. Dann lohnt sich das auch nicht. Ich hab aber einen TNT-Block und vier Pfeile. Aber mehr auch nicht. Ich hab null Essen. Fällt mir grad auf. Null Essen? Ja, ich hab auch nicht viel. Scheiße. Eine Karotte und ein so ein rohes Hühnchen-Dings. Okay. Hm. Wir brauchen Essen. Oh, ja, da ist ein Hühnchen einfach nur wegen den Punkten. Ah, hier vorne. Lauf nicht weg! Lauf nicht weg. Komm, ich nehm jetzt mal so ein Hühnchen. Hier sind auch noch zwei Viecher. Ah, fuck, vergiftet. Ich hab fast ein Level, ey. Nicht mehr viel. Ja, das Schaf hol ich mir. Sehr gut. Wie viel fehlt dir noch? Ja, mir fehlt noch ein ordentliches Stück. Aha. Ach, das kriegen wir schon irgendwie jetzt. Scheiße, ey. Ich muss mal ganz kurz stehen bleiben. Lalalala. So, ich futter mal hier das Hühnchen. Und ich bin noch nicht mal vergiftet worden. Was ist da los? Oh, hier betteln sie sich. Hier im Wasser. Okay, ja. Ich muss jetzt... Ja, komm ich. Scheiße, ey. Komm her auf, schön. Oh, drüben sind sie schon. Okay, ja. Ich komm von der anderen Seite noch ein bisschen weg. Der andere auch noch. Ich hab auch ne Angel, also von daher, ich könnte dich pushen. Ähm, ja, warte mal. Erst mal um. So. Ja, push mich. Ja, ich lauf jetzt hier gerade am... Ich lauf jetzt hier gerade am Land. Push me to the limit. Oh, okay. Ja, ich push dich ein bisschen. Hast du auch ne Angel? Oh, ich treff dich noch nicht. Komm schon. Boah, jetzt scam ich hier mal einfach. Auch wenn ich nicht ein Stück kaputt geht. Ja, die Angel von dem ist schon. Och, nee. Hallo. Push mich. Ja. Ach, Junge. Push mich. Ja, 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 ja. Da. Ich versuche es, ja. Schnell noch einmal, schnell. Jetzt. Ja, perfekt. Sehr gut. Perfekt. 18, äh, Pfeile, nee, 12 Pfeile habe ich. Oh, wunderbar. Aber da kein Bogen. Äh, ich guck mal, ob ich einen Bogen hier eben aufgesammelt hab. Äh, ich aber auch nicht. Boah, was hat der denn alles dabei? Der hat anscheinend wenig dabei. Hast du Eisen oder so? Ich hab nämlich keins. Nein. Ich hab nur Stöcke. Mist. Gar nix, gar nix, gar nix. Essen hab ich jetzt auch nicht so viel von ihm bekommen. Was ist denn da los? Ah, der Finn hat vier Iron, sagt er. Oh. Den snicken wir uns. Mist, dann hat der aber ein Eisenschwert. Oder er macht sich Eisenschuhe. Wär schön dumm. Ja, das stimmt. Hm. Also noch ein bisschen Pierschens wären ganz geil. Ja. Auch hier ist noch was drin. Aber nix besonderes. Da oben ist noch ne Truhe. Da ist noch eine. Aber nichts. Die ist schon leer. Ach so, ähm, ich hab übrigens von nem Hack gehört. Von nem neuen Hack, der angeblich Truhen mit einem Mausklick looten können. Das heißt, dass die ganze Truhe dann leer ist mit einem Mausklick. Ja, das ist Schweinerei ist dann doch. Ja, das find ich, find ich aber auch. Hab ich jetzt aber noch nie was, hab ich noch gar nix von gehört eigentlich. Also deswegen, mir ist es neu, aber hab ich halt gestern so mitbekommen. Bist du da oben? Ja, die Eisenachse ist weg. Ach, die ist da? Okay, alles klar. Jo. Hier ist alles schon weg. Und meine Ofenkatafel ist auch weg. Und mein Rindfisch auch. Alles weg jetzt. Aber wie viele noch leben? Das ist eigentlich erstaunlich. Ja, und der Finn, der letzte Premium-Typ mit vier Iron, sagt er. Ähm, hier war ich noch nie ganz ehrlich. Also ich würde vielleicht... Warte mal, was waren... Hier sind auf jeden Fall noch Drohnen, weiß ich. Aber... Ja, ich hab auch noch ne Suppe... Ach, nicht ne Suppe, ne Schüssel hab ich. Da oben ist auf... Also hier war grad eine, die war ungelootet. Und die ist auch ungelootet, gut. Bisschen was zu essen. Wie bitte? War ein bisschen was zu essen drin, aber mehr auch nicht. Okay, wenn du rote Pilze siehst, dann nimm mal alles mit. Rote Pilze. Zwei bekommen. Wird natürlich nicht allzu viel, was ich grad mache. Äh, ich hätte noch zwei rote Pilze. Okay, du hast ne Steinschwert, ne? Ja, ich hab Steinschwert. Was steht denn da drauf? SG has it own world? Okay. Haha. Oh nee. Es ist hier mega scheiße. Danke. Das hier ist mega scheiße. Oh, das sind zwei Leute. Finn, 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 Finn. Jo, 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 jo. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Aber das Dumme hier, hier rauf zu kommen, ist mega schwierig. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh, look. Oh, der hat uns gesehen wahrscheinlich. Du musst hier lang. Und gleich musst du einen Jump'n'Run machen. Also kein Jump'n'Run, aber einfach einen Scheißsprung in die Ecke. Das schaffe ich nicht. Nein. So, warte. Hüps. Perfekt. Wie jetzt? Ja, du musst ein bisschen von der Leiter weggehen. Okay. Ja, genau so. Wird nachts. Oh, Mensch. Ähm, ja, ich geh jetzt mal nicht auf die drauf. Ich weiß auch gar nicht, wo die sind. Ich hab genau da hingeguckt, als du. Oh nee, ey. Ja, dann geh irgendwo anders lang. Wir treffen uns einfach am Spawn, okay? Einmal versuch ich noch. Das lass ich ja nicht auf mir sitzen. Let's go to the Spawn. It's the me, Mario. Oh, Alter, ich hab echt gefailt gerade. Ich kann's einfach nicht. So komische Sprünge geht nicht. Ähm. Ja. Ähm. Äh. Ach komm, ich möchte leveln. Ja, ich bin kurz vor dem Level. Aber auch wirklich nur kurz davor. Ich hab eben nur Kuh gesehen, aber die war auf der anderen Seite. Deswegen, ähm. Ach fuck, ey. Jetzt schaff ich da gar nicht. Ich bin jetzt am Spawn und ich glaub, die, äh, die anderen beiden sind auch da. Ja, okay. Ich bin jetzt auch hier endlich mal oben. So. Ich komme. Ist jetzt die Frage, ob wir da reingehen. Oder ob wir uns erstmal Tiere suchen. Ähm, was? Ich bin gerade mitten im Kampf. Ich hab gerade nicht so richtig zugehört. Ich hab Tiere gefunden. Oh, ganz viele Tiere sogar. Super viele Tiere. Hast du einen gekillt? Bin dabei. Hab ich. Geil. Oh, da ist noch einer. Wow. Sein Freund. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ähm. Hinterm Spawn. Komm einfach zum Spawn. Ich bin jetzt bei diesem roten Wagen hier. Ah, hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Alles cool. Auch essen ganz schnell. Ja. Um, um, um. Um, um, um. Perfekt. Und jetzt hole ich mir die Schweine mal eben. Nein, du kommst mich nicht durch. Nein. Scheiße. Ich bin jetzt beim Spawn. Okay, ja, bleib du mal da. Vielleicht müsste ja auch eigentlich Refill sein. Ich kann dir jetzt noch drei Schweine anbieten. Drei Schweine, das wäre eigentlich ganz ordentlich, ne? Allerdings müsstest du dann Richtung, äh, ja, halt zu mir kommen. Ja, wo bist du? Beziehungsweise, warte mal ab, warte mal, warte mal. Boah, ey, ich werfe irgendwie... Ja, ist einer? Ja, das bin ich. Ach so. Da sind die, da sind die Schweine. Ja gut, ich snack mir mal eins, dann kann ich jetzt gleich direkt verzaubern. Ähm, ich warte erstmal auf den Loot. Vielleicht haben wir noch ein Eisenschwert oder so, dann können wir noch verzaubern. Ah, okay. Das sieht gar nicht so schlecht aus, vermag ich zu sagen. Hast du einen Bogen? Ja, zwei. Ich kann dir Pfeile geben. Okay. Weil ich bin ja ein, äh, Bogen-Noob. Noob, oh. Oh, jetzt bist du. Boah. Okay, warte. Äh, jetzt ist die Frage, soll ich jetzt meins direkt verzaubern? Weil ich glaub nicht, dass da jetzt so viel Eisen drin ist. Weil vier Eisen sind ja schon, schon raus. Das heißt ja nix, beim Refill wird ja alles neu resettet, von daher. Echt jetzt? Ich dachte, dass immer nur so eine grenzte Anzahl von Dings ist. Nee, ich glaub nicht. Ja, geh verzaubern, wenn du willst. Na gut, ich mach das jetzt einfach mal eben. Vielleicht muss ich das Ding nur wiederfinden. Was schreibt der da? Ah, da ist der Refill. Ähm. Eisenbahnen. Diamant. Eisenplatte. Sehr gut. Nix. Diamant. Eisenhällen. Eisenbahnen, Eisenbahnen. Diamant. Schärfe 1. Das ist, glaub ich, ganz ordentlich. Das ist... Ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab... Was? Hab ich... Och, okay. Ich hab zum Glück Stickies. Aber ich glaube, ich hab meine Stickies eben in die Truhe gelegt. Oh. Aber ich hab zum Glück welche... Ich hätte auch noch zwei. So, okay, perfekt. Also, komplette Eisenrüstung habe ich. Ich komm dir entgegen. Ja, ich bin natürlich auch. Ich kann dir noch was hinwerfen. So, pass auf. Hier, pass auf. Ja. Behalt lieber dein Steinschwert. Ist besser. Oh. Ähm, ich verzauber jetzt meinen Harnisch, denn ähm... Diamantschwert ist schon sowas von übermächtig, dass... Dann macht es mehr Sinn, seinen Harnisch zu verzaubern. Ja, das stimmt natürlich. Ich bleib ja einfach mal noch ein bisschen beim Spawn. Vielleicht kommt ja einer an. Genau. Und übrigens, die Mods, die ich installiert habe, die, ähm... Enchancing Plus Mods funktionierten nicht auf Servern. Ähm, der Gedanke von mir war dahinter, dass ich einfach gerne sehen möchte, was ich verzaubere oder mit welchem Spruch quasi, aber das sieht man leider nicht im Multiplayer. Das ist ein bisschen schade. Oh. Aber... Hier wird ich trotzdem mit Schutz drauf. Und Finn ist auch noch da. Also Finn ist unser... Unser Feind. Unser Feind Nummer 1, genau. Ich hab 23 Pfeile. Ich tu mir nochmal eben den Kuchen hier raus. Boah, ich dachte schon, da käme ein anderer. Boah. Bäh. Boah. Ja, können wir es mal suchen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, wir sind jetzt wirklich... Also, besser equipped kann man ja eigentlich nicht sein. Du hast eine verzauberte Rüstung. Komplett eigen. Diamant. Schon krass. Also, wenn wir jetzt noch sterben sollten, dann, ähm... spiele ich nie wieder Survival Games. Nie wieder. Hört ihr das? Also, ihr habt alle gehört, ne? Wenn er jetzt gleich stirbt, dann ist hier Ende. Dann müsst ihr alle bei mir gucken. Und jetzt gleich, ähm... äh, diskonnect dich einfach irgendwie, weil es wieder abstürzt oder so. Und dann... Oh, da, oh, da war irgendjemand. Wann, machen wir es weiter. Nee. Hm, echt? Mann, ich komm da nicht hoch. Was denn hier? Oh. Ich kann keine... Ey, so Leiterdinger... Ist... Boah. Ey, nein, 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 nein. Deathmatch. Okay, Deathmatch gegen Finn. Wir müssen uns... Ach, nur noch einer. Wir müssen aufpassen, auf jeden Fall. Was ist das? Ah, Helikopter... Wie viele Spectator hier sind. Geil, Helikopterplatz ist hier. Lol. Oh, was ist denn das hier? Sieht ganz geil aus. Ja. Lol, he drowned. Ah, da ist wohl einer ertrunken. Lol, he drowns. Also, der Finn wird wohl gut equipped sein. Ja, sicherlich. Ja, aber ich... Ich weiß es nicht. Das kann doch einfach so... Vielleicht plöfft er auch nur. Ja. Kann ja auch sein. Aber das wird dem auch eigentlich nichts bringen. Ähm, ich würde sagen... Ich gehe... Also, einer von uns... Jeder nimmt ein. So, das würde ich damit sagen. Jo. Und wenn einer tot ist, dann macht der andere... Oh, die machen Team, wahrscheinlich. Die machen Team? Dann gehen wir... Dann gehen wir mal drauf. Dann ist es... Klar. Wir gucken einfach mal so... Okay. Wie es sich verläuft. Jo. Da ist Finn mit seinem... Der will Team machen und dann haut er dir als erstes. Geil. Ich lecke. Ich lecke immer in der Arena rum, ne? Hab einen. Ja, ich bin hinter dem Meer. Bleib bitte stehen. Ich mach den alleine fertig. Ja gut. Ich könnte den auch da mal eben so reinschubsen. Nee, nee, lass das bitte, weil ich will schon einen fairen Kampf haben. Ja gut. Ich könnte dich auch pushen, also, wenn du da irgendwie... Ja, guck mal hier. Willst du mit dem Bogen da runterschießen? Ach, der hat ja gar keinen... Gar keinen Hauch einer Chance. Der ist einfach richtig da unten. Er braucht genügend Pfeile. Ist er tot. Wie viele Punkte? 23. Oh, geht. So, wir machen dann auch einen fairen Eisenschwert-Bettelkampf. Oh, ich hab da verzauberte Rüstung, ne? Das ist natürlich scheiße. Hier fehlen 3,5. Ja, warte mal. Ich hol mir eben hier den... Den halt. Da, den hol ich mir. Jetzt fehlen mir drei. In Ordnung, oder? Ja. Eisenschwert. Ich wär fertig. Ich wär so fertig. Ja, ich wär auch ready. Äh, aber ohne Bogen, weil ich keine Pfeile hab. Okay, ohne Bogen. Warte mal. Ich pack den eben weg. Okay, los. Gut. Battle. Aber wir haben schon mal gefunden. Das ist schon mal positiv. Ja. Und ich muss nicht aufhören mit meiner Survival Games Karriere. Oh, der hat mir auch nicht abgezogen, ey. Oh, er läuft schon. Oh, TNC setzt da. Yo, Baby. Oh. Wie viel hast du noch? Warte mal, GG. Vier. Ich hätte noch vier Herzen, oder so. Ja, vier. Ne, fünf Herzen, oder vier. Keine Ahnung. Ja, vier stand da. Mist. Aber netter Kampf. Und wir haben gewonnen. Jawohl. Okay. Geile Runde. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich für deine Teilnahme, Titani. Ja, ich bedanke mich für deine Teilnahme wohl eher. Okay. Und dann sehen wir uns dann, ja, bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ja, bis dann. Tschau. Tschau.